Allah spricht zu jedem Muslim, zu jedem ungehörsamen Diener. Allah sagt, Abdi, Abdi, ila kam testemirru ala asyanin. Also mein Diener, wie lange sollte eine Ungehörsamkeit mir gegenüber andauern? Ich ernähre dich, ich ernähre und versorge dich mit meinen Gunst. Abdi, ich ernähre und versorge dich mit meinen Gunst. Habe ich dich nicht mit meiner Hand erschaffen? Habe ich dir nicht von meiner Seele eingehaucht? Gott, weißt du denn nicht, wie gut ich zu meinem gehorsamen Diener sein werde? Und weißt du denn nicht, wie hart mein Packen gegenüber meiner ungehorsamen Diener sein wird? Schämst du dich nicht, du gedenkst mir in der Not und im Wohlstand vergisst du mich. Schämst du dich nicht, Abdi, du gedenkst mir in der Not und im Wohlstand vergisst du mich. Deine Einsicht ist durch deine Begierde geblendet. So sag mir, womit du mich noch siehst. Dies ist die Lage von dem, der sich nicht ermahnen lässt. Wie lange soll diese Nachlässigkeit noch andauern? Wenn du reumietig von deiner Sünde zurückkehrst, dann werde ich dir mit voller Gnade entgegenkommen. Verzichte auf einen Zuhause, von der die Klarheit getrübt ist. Die Hoffnungen in ihr sind trügerisch, obwohl es keinen Gott gibt außer mir. Trotzdem, du hast die Verbindung zu mir für Nichtigkeit verkauft oder aufgegeben. Welche Antworten willst du vorbringen, wenn deine Glieder mit dem, was du hörst und siehst, gegen dich aussagen? Oh du schlechter Diener, oh du schlechter Diener, wie oft begehst du Ungehorsamkeiten und wir bedecken dich. Wie oft hast du das Tor der Verbote zerbrochen und wir richteten es wieder auf. Wie oft haben wir versucht, Tränen der Ehrfurcht aus deinen Augen fließen zu lassen. Aber es war vergebens. Wie oft haben wir versucht, die Verbindung zwischen mir und dir herzustellen, indem wir dir ermöglichen, Gutes zu tun. Jedoch flüchtest du immer wieder und hält dich von mir fern. Wie viele Gaben habe ich dir zuteil werden lassen. Und du bedankst dich immer noch nicht, dass diesseits und die Taten deiner Begehrde täuschen dich. Aber du siehst und hörst immer noch nicht. Ich habe dir die Welten diesmal gemacht. Aber du überschreitest immer noch die Grenzen und du bist undankbar. Du suchst nach der ewigen Aufenthalte in dieszeitigen Leben. Aber sie ist nur eine Brücke zum Überqueren. Man muss sich schämen. Oh Allah, denn er hat uns so viel gegeben. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa and astaghfirukallahumma wa afu ilayki.